Die Kaufmännische Schule in Hechingen veranstaltete einen völlig anderen Schulweihnachtsmarkt. Unter dem Motto Weihnachten 4.0, Kulturgut im digitalen Zeitalter, legten die Schülerinnen und Schüler den Fokus auf das Top-Thema der Zukunft, Digitalisierung. Die Schule verfolgte damit das Ziel, die Schulgemeinschaft der über 1000 Schüler zu stärken, das Lehrerkollegium und die Schülerschaft für die neuen Medien zu sensibilisieren und den Unterricht mithilfe von digitalen Medien voranzutreiben. Den Erlös des Marktes und der Tombola spendete die Schule an die Klinik Clownstübingen.